Hallo, in diesem Video wieder einige Antworten auf Ihre Fragen. Wir hatten in einem anderen Video dazu aufgerufen, uns Fragen über die Kommentare zukommen zu lassen. Die anderen Zuschauer sollten das Ganze bewerten. Das ist hier das zweite Mal, dass wir das machen. Im Grunde gelten dieselben Regeln wie auch beim letzten Mal. Insoweit vielleicht da eventuell nachschauen. Wir haben die Geschichte noch um einige Fragen erweitert, die nicht so viele Stimmen bekommen haben, die wir aber trotzdem mal erklären wollten, ohne daraus ein eigenes Video zu machen, wenn wir das nicht irgendwie schon gemacht haben. Also fangen wir an mit der ersten Frage. Warum ist in eurem Logo eigentlich so ein Geigengedudel? Ich nehme mal an, der Kollege meint hier nicht Logo, sondern Intro. Die Antwort ist dabei denkbar einfach. Die Antwort liegt im Urheberrecht. Wenn wir einen Song von jemandem benutzen, müssen wir den grundsätzlich fragen. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Ausnahme Nummer 1, die Urheberrechte sind verfallen. Ausnahme Nummer 2, er interessiert sich überhaupt nicht für seine eigenen Rechte und lässt uns das Ganze benutzen. Normalerweise braucht man da immer mindestens zwei, die man fragen müsste. Also zum einen den Komponisten, also der, der die Melodie gemacht hat und der zweite wäre dann eigentlich der Texter. Glücklicherweise hat unser Intro gar keinen Text. Das heißt, einen eventuellen Texter bräuchten wir gar nicht fragen. Also bleibt noch der Komponist. Der Komponist ist vor ungefähr 300 Jahren gestorben und und insoweit sind da alle Urheberrechte auch bei den Erben erloschen. Damit bleibt am Ende die Frage, warum müsst ihr denn nicht den fragen, der den Song eigentlich gespielt hat? Also der, der die Geige bei dem Gedudel gehalten hat, als wir das Ganze aufgenommen haben. Ja, den hätten wir eigentlich auch fragen müssen. In diesem Fall war das allerdings eine US-Militär-Kombo, die den Song da eingespielt hat. Wahrscheinlich nicht die ganze Kombo, sondern nur der einzelne Geigendudler. Und weil die ganze Geschichte in den USA mit US-Steuergeldern bezahlt wird, haben die ihre Lieder, findet man auf den entsprechenden Webseiten überall verteilt. Also auf denen der entsprechenden Garnisonen, die da eben diese Songs spielen. Die haben das Ganze unter Public Domain gestellt. Das heißt, das kann sich jeder nehmen und jeder benutzen. Und da haben wir den Song her und deswegen dürfen wir den hier benutzen. Das ist eine ziemlich wichtige Geschichte, weil wir wollen ja nicht irgendwann mal verklagt werden. Wir bekommen regelmäßig Angebote, dass uns jemand einen neuen Song schreiben will, wenn er denn gut ist und so weiter und so fort. Und wir haben da eine Zeit lang auch mal mit geliebäugelt. Deswegen hatten wir da glaube ich mal von einem Jahr oder so eine Aktion, einen neuen Intro-Song. Und davon haben wir uns inzwischen aber wieder verabschiedet, aus einem ganz einfachen Grund. Wir sind damit in einer anderen Gelegenheit vor kurzem auf die Schnauze gefallen. Und zwar hatten da die Zuschauer Gelegenheit, uns Hintergrundbilder einzuschicken. Und wir haben natürlich auch ein Hintergrundbild, der vielen Hintergrundbilder, die wir bekommen haben, benutzt. Und naja, kurze Zeit hat sich herausgestellt, derjenige, der uns das zugeschickt hat, der hatte selbst nicht die Rechte daran. Und insoweit ist das natürlich ziemlich schlecht. Gut, derjenige, der uns das eingeschickt hat, der kriegt keine Probleme. Aber wenn dann halt der Urheber kommt und sagt, so und die Videos, die gehen jetzt alle offline oder ihr bezahlt mir hier wirklich die entsprechenden Lizenzgebühren. Ja, das können wir nicht schultern. So viel bringen die Videos dann auch nicht ein. Insoweit ist es also oberste Priorität, dass da keiner Urheberrechte dran hat. Und deswegen nutzen wir diese Musik und deswegen nutzen wir auch nur die Hintergrundbilder, die wir selber finden, die wir dann eben verändern dürfen. Aber wenn uns halt andere etwas einschicken, dann kann es halt sein, dass das eben in einem anderen Programm, ich sag jetzt mal entnommen wurde, minimal modifiziert. So und wir nehmen das dann und das darf man dann halt noch lange nicht. Wobei wir jetzt in Verbindung mit diesem Hintergrundbild das Ganze am Ende auch noch über unsere Linux-Distribution verteilt haben. Und das darf man dann nicht. Ja, in einem Video benutzen, das darf man noch. Allerdings verteilen darf man noch lange nicht. Die nächste Frage von KliMuff. Ich bin immer noch dafür, dass ihr endlich mal die WPS-Lücke vorstellt. Nun, das fällt bei uns unter Hardware-Videos und das können wir im Großen und Ganzen nicht bringen. Denn wenn wir über die entsprechende Hardware nicht schon sowieso verfügen, dann würde das bedeuten, dass wir die Hardware kaufen müssten und dann das Ganze nur halt, um ein Video zu erstellen und es danach wieder in die Tonne zu treten. Doch das lohnt sich am Ende des Tages nicht. Insoweit wird da nichts kommen. Normalerweise jedenfalls bei Hardware. Wir können auch nicht die entsprechenden Hersteller anfragen, um dann zu sagen, hört mal zu, schickt uns doch mal euren Modem oder euren Router XYZ, weil da wissen wir genau, da ist die Lücke und dann können wir das zeigen und dann werden definitiv 10.000 Zuschauer diesen Schrott niemals kaufen. Ja, da haben die irgendwie kein wirkliches Verständnis für. Deswegen. Trotzdem hier so ein kleines Aha-Erlebnis. Letztens stand ich mal wieder in der Nachbarschaft rum und hab mal wieder gescannt und hab ich dann gesehen, dass da einmalweise Netzwerke diese Geschichte haben und alle die, die dieses WPS verfügbar haben, die sind relativ leicht angreifbar. Insoweit, vielleicht machen wir da mal ein Theorie Video draus. Dass man halt nur die zugrunde liegende Theorie zeigt und nicht unbedingt, wie man dann durch den Router auf den Rechner zugreift. Weil wie schon gesagt, wir haben die Hardware nicht hier. Insoweit können wir das nicht zeigen. Nächste Frage von Mr. Michi. Könntet ihr mal ein Video über die Tools von Backtrack machen? Nein, so nicht. Also wir machen nicht irgendeine Backtrack-Geschichte und dann stellen wir da die Tools vor. Wir stellen die Tools unter Ubuntu vor und das haben wir schon gemacht. Insoweit ist die bessere Antwort für Sie wahrscheinlich. Haben wir schon gemacht. Schauen Sie sich einfach mal die alten Ubuntu-Videos an. Denn Backtrack ist nichts anderes als ein Standard Ubuntu, ein bisschen modifiziert, ein anderer Bildschirnhintergrund und so weiter und so fort und natürlich die entsprechenden Tools vorinstalliert, die dann halt genutzt werden können. In unseren Ubuntu-Videos haben wir die Teile immer erst extra installiert für unsere Zwecke und dann genutzt. Insoweit vieles ist da also schon gemacht worden. Und das, was wir da jetzt noch nicht gebracht haben, das wird sicher irgendwann mal nachgeschoben. Also insoweit die Antwort eher haben wir schon gemacht. Die nächste Frage ist, ist es für euch möglich eine Tutorial-Reihe über JavaScript-Java zu erstellen? Zu JavaScript haben wir vor kurzem oder vor ein paar Wochen erst einen Online-Kurs vorgestellt. Wenn Sie daran Interesse haben, ziehen Sie sich den Kurs rein. Ist wirklich sehr einfach. Es ist geplant, dass wir diesen Kurs ebenfalls selbst machen und darüber auch Videos erstellen. Wir sind allerdings noch nicht dazu gekommen. Wir sind hier ein bisschen im Stress. Das sind wir allerdings ewig. Deswegen, ich will ja nicht versprechen, wann da mal irgendwann was kommt. Weil Sie allerdings gerade Java, JavaScript sagen, diese zwei Teile haben nichts miteinander gemeint. Das wird immer sehr oft, das lesen wir über die Kommentare durcheinander gebracht. Java und JavaScript sind zwei völlig unterschiedliche Sprachen. Und deswegen, gut, das hier nur als Anmerkung. Zu Java ist grundsätzlich auch was geplant, allerdings jetzt nicht nur direkt Java, sondern eher in Richtung Android-Programmierung, um da irgendwelche Apps zu erstellen. Das heißt allerdings nicht, dass da dieses Jahr was draus wird. Deswegen, das kann dauern. Nur weil wir das vorhaben, wir sind da nicht die Schnellsten. Nächste Frage, was ist die nützlichste Programmiersprache, die man lernen sollte? Gut, Maximilian S. hat die Antwort im Grunde schon vorweggenommen. Das kommt immer darauf an, was Sie damit machen wollen. Wenn Sie nur zu eigenen Zwecken einige Programme zusammentackern wollen, die nur Sie oder eventuell einige Freunde benutzen, dann kann man durchaus Visual Basic empfehlen. Auch wenn sich da eventuell bei einigen jetzt hier die Fußnägel kräuseln. Trotzdem kann man sagen, für diese Zwecke ist Visual Basic optimal. Eine Oberfläche hat man schnell zusammengeklickt und viele andere Programme, um nicht zu sagen, fast alle, die unter Windows laufen, werden immer erst in Visual Basic erstellt, weil da halt der Schwerpunkt mehr auf grafischer Benutzeroberfläche ist. Am Ende, wenn das Ganze dann steht und wenn die Funktionen auch funktionieren, dann wird das in der Regel dann nochmal mit C++ oder C++ nachprogrammiert, um dann noch das letzte Quäntchen Geschwindigkeit rauszukriegen. Wobei das mit der Geschwindigkeit der Unterschied ist lange nicht mehr so groß, wie er noch zu Zeiten von Visual Basic 6 war oder so ähnlich. Also deswegen für private Zwecke durchaus das. Wenn Sie sagen, ich muss allerdings jetzt irgendwas lernen, um am Ende damit so weit wie möglich zu kommen, dann könnte man sagen, da würde ich wahrscheinlich mit Java anfangen. Aus dem einfachen Grund, Java-Programme laufen halt unter Windows, die laufen unter Ubuntu, also unter Linux und wahrscheinlich auch noch auf dem Mac. Insoweit, das wäre wahrscheinlich dann die Schiene. Vorausgesetzt natürlich, sie wollen es am Ende wieder verkaufen. Oder ein anderer Zuschauer hatte uns gefragt, was er nach der Schule lernen soll. Dem haben wir auch gesagt, Java, weil unserer Meinung nach die Geschichte mit Android und die möglichen Programme, die darauf dann irgendwann mal laufen werden, natürlich nicht nur auf dem Telefon, sondern auch auf den Tablet-PCs, das ist sicher ein großer zukünftiger Markt. Da ist man für einen Arbeitgeber gut aufgestellt, wenn man Java kann. Wenn Sie lieber auf ewig auf der Windows-Schiene bleiben, dann können Sie natürlich auch C++ nehmen, vorausgesetzt, Sie wollen zum Beispiel eine Anwendung erstellen, die jetzt sehr umfangreich ist. Zum Beispiel Ihr eigenes Word, Ihre eigene Textverarbeitung, Tabellenkalkulation mit allem drum und dran. Ja, dann macht das da wieder Sinn. Dann sind Sie allerdings auf Windows begrenzt. Nächste Frage, Frink, könnt Ihr mal einen Angriff auf Ubuntu zeigen und nicht immer nur Windows? Haben wir auch schon gezeigt. Im Grunde ist es immer das gleiche in grün. Wir haben es aber auch mal in einem Video gezeigt, wie wir auf einen Ubuntu-Rechner zugreifen. Kritik-Video zu Windows 8, ebenfalls schon gemacht. Einfach mal in unseren Videos nach Windows 8 suchen. Ich glaube, das Video hieß eine Meinung. Ich würde das nicht unbedingt als Kritik-Video sehen, sondern eher nur als Ausdruck der Meinung. Woher kommt das OK am Ende? Das kommt von mir. Das benutze ich auch ganz normal, wenn ich mit anderen Leuten rede. Also das ist kein Kunstbegriff, den wir hier extra für diese Videos geschaffen haben, nur weil alle anderen das nicht nutzen. Sondern wenn ich jemandem etwas erkläre und ich erkläre in meinem Beruf dauernd irgendwelchen Leuten irgendetwas und ich bin mit meinen Ausführungen fertig, dann frage ich immer OK. Also mit einem Fragezeichen dahinter und dann wird dann, ich sage jetzt mal, genickt oder sonst was. Und dann sage ich, ja, OK. Und dieses zweite OK, das ist das, was am Ende kommt. Also nicht das mit dem Fragezeichen, sondern das bestätigende zweite mit dem Ausrufezeichen quasi. Nächste Frage, gibt es bei 100.000 Abos endlich ein Bild vom gesamten Team? Nein, das ist nicht geplant. Wir sehen da jetzt nicht so den großen Sinn drin. Sie brauchen da kein Bild, sage ich jetzt mal nur, um zu wissen, dass meine Kollegen nicht nur nichts drauf haben, sondern auch noch hässlich, wie die Nacht sind. Der zweite Punkt ist, sie würden es eh nicht glauben, dass das ein Bild vom Team wäre. Das haben wir aus den anderen Videos unter den Kommentaren herausgelesen. Es wird eh nicht geglaubt, was ich hier erzähle. Was ja gar nicht so falsch ist, aber zum Beispiel die Angaben, wie ich aussehe aus dem letzten Video, die stimmen. Ja, aber die Zuschauer glauben es trotzdem nicht. Insoweit, naja. Ist also nicht geplant. Sie kommen drüber weg. Ich denke mal, da gibt es wirklich Wichtigeres. Und die letzte Frage, muss ich meine Passwörter bei einer Hausdurchsuchung herausgeben? Äh, nein, müssen sie nicht. Das Ganze fällt unter die Paragraphen, nach denen sie sich nicht selbst belasten müssen. Brauchen sie also nicht. Können sie ganz locker sein. Auch wenn ihr natürlich die Polizei alles andere erzählt. Aber sie brauchen es nicht rausrücken. In dem Fall sollten sie allerdings nicht mir als letzte Instanz glauben, sondern einfach mal nach den Videos von Udo Vetter suchen. Das ist ein Rechtsanwalt in Düsseldorf. Und der hat mehrere Videos genau dazu gemacht, wie man sich in solch einem Fall verhalten soll. Da einfach mal raus suchen. Wenn ich das Ganze noch finde, packe ich es in die Beschreibung. Also für jeden, der da wirklich Sorge hat, dass da mal die Cops bei ihm vor der Tür stehen, der sollte sich das Video dringendst anschauen. Ok.